Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier bei Amnesia Rebirth. In der letzten Folge sind wir hier bei diesen römischen Mauern angekommen und hier sind halt jetzt zwei Gänge. Ich würde jetzt erstmal in den hier gehen, weil hierüber wurde irgendwas berichtet und... Ja, wir kommen hier anscheinend sowieso nicht durch. Ich probiere mal das Ding. Aber es passiert nichts. Überhaupt. Nichts. Okay. Hallo. Ach nö. Ähm. Ich würde halt sagen, das ist kaputt. Ist so meine Vermutung diesbezüglich. Und hier ist kein Ersatz. Also würde ich sagen, müssen wir erst auf die andere Seite. Ich habe so ein Ding jetzt auch nicht gesehen, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Okay, wir schauen mal kurz nach dem Baby. Ja, dann ist ungünstig. Wir haben jetzt immerhin schon mal die Laterne. Die sollten wir auch zwischendurch öfter mal benutzen. Die ist, glaube ich, ein ganz guter Moment dafür. Hier. Wir machen das. Ich mache sie jetzt mal wieder aus. Ähm. Hallo? Ähm. Ich weiß es nicht. Was soll ich nur tun? Hm. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Also da ist auf jeden Fall irgendein Viech irgendwas. Irgendwas übersehen. Ich mach mal kurz die Laterne aus und kratz mich mal kurz am Auge. Och Gott, wie das schon klingt. Eigentlich richtig ekelhaft. Geh auf. Hm. Hier war jetzt nicht unbedingt so das Ding, was mich jetzt weitergebracht hat. Und auf der anderen Seite auch nicht. Wir gucken einmal kurz hier rein. Was haben wir denn noch so? Eigentlich gar nicht so viel, ne? Ähm. Es wird schwierig. Wirklich schwierig. Ja, da werde ich halt jetzt nicht reinkommen, weil ich dieses Ding dafür nicht habe. Vielleicht muss ich da auch gar nicht rein. Ich weiß es nicht. Ich würde vielleicht dann erst mal wieder zurückgehen und mich vielleicht weiter außenrum umschauen oder so. Was heißt Ark? Kann ich da hoch? Ja. Ja. Ähm. Auf einmal setzt die Musik aus. Mega creepy. Wie viele habe ich gerade? Acht von zehn. Okay. Wir gönnen uns gerade mal kurz. Ein bisschen Licht. Hier, zünd es an. So, perfekt. Gut. So. Und jetzt gehen wir mal nach oben. Hm. Okay. Und wir gehen hier einfach mal rein. Ich habe keine Ahnung, was uns hier jetzt erwartet. Oh, mein Herz. Ich frage mich immer, was solche Sachen in so einem Horrorspiel sollen. Irgendwie, das soll irgendwie immer so ein bisschen Mitleid erzeugen. Aber ich denke mir immer nur so, es kann ruhig noch ein bisschen gruseliger werden. Denn ich finde es bisher, also ich habe noch keine Angst gehabt, dass das eine Viech da war. Da war schon ein bisschen murmelig so, aber das war noch alles okay. Aber es war noch im Verhältnis halt total okay. In was für einem Ding bin ich hier jetzt gelandet? Ich glaube, Ding beschreibt es nämlich sehr gut. Ah, das kann ich jetzt auch noch drehen. Ja, klasse. Wir brauchen diese drei Symbole. Also. Ja, wie soll man das beschreiben? Ja, ich glaube, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin trapped, ich bin in eine Tune. Du bist der Best, du musst dir take care. Ich habe dich gesagt. Du bist der Best. Oh, damn. Aber ich glaube, dass sie zumindest nicht sind. Okay, ich versuch mal. Wir können... Was bringen diese Knöpfe? Okay, das bringt das. Okay. Was ist das? Okay, okay. Und das ist der Knopf zum Aktivieren. Das war wohl der falsche. Aber ich kann die nicht irgendwie... Was kann ich denn... Okay, ich kann es nur so drehen. Das dreht sich dann immer mit, weil die Symbole immer nach unten zeigen. Okay. Okay, okay, okay. Das scheint eine Art Druckplatte zu sein. Okay. Ich lasse das nochmal kurz für einen Moment stehen. 9 von 10. Ja, nee, dann warten wir für einen Moment. Hier geht es ja noch überall lang. Okay, da durch komme ich schon mal nicht. Was tust du? Woher weiß ich denn jetzt, was das Richtige ist? Wollt ihr mich verarschen? Wenn ich die jetzt auch noch drehen kann? Überliebt sie das wohl? Ich hoffe schon. Ich möchte es gerade irgendwie nicht nehmen. Ach, von da kam ich. Okay. Oder bin ich gerade irgendwie verletzt? Ich will nie mal so ein Ding. Ups. Waren da nicht Streichhölzer drin? Ich dachte, da wären Streichhölzer drin gewesen. Ähm. Ach Gott, ich dachte gerade, da wird jemand stehen. Das sah irgendwie so aus. Haben die das absichtlich so gemacht? Hm. Könnte schon irgendwie. Ich würde es denen zutrauen. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal da hoch und gucken, ob wir irgendwo das Richtige finden. Ich hoffe, wir brauchen nicht die gleichen Symbole wie beim letzten Mal. Ähm. Oh. Okay. Wir kommen hier durch. Okay. Okay. War der auch mit uns dabei? Ich lese das jetzt mal nicht vor. Aber das ist schon crazy. Ja, wow, Leon. Ein wirkliches Sonntag, hm? Okay. Das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Hm, okay. Hallo. Ähm. Ich weiß es doch nicht. Ich glaube, da komme ich auch gar nicht rein. Da eher auch nicht. Ähm. Ja, ich glaube, es ist unnötig, jetzt alle einzeln anzuklicken. Das wird sowieso nix. Ähm. Das war jetzt irgendwie keine neue Information für mich, dass die übereinstimmen müssen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch gerade einfach nur ein bisschen dumm. Wir hören uns mal kurz das hier an. Also, wer ist eben... In der Excession von Tehana. Life leeched out of the daughter of Attur with every breath. The Empress decreed she must live. That the line must continue. Tamaku und der Order fought to keep the life in her. As she drifted in the borders. And they searched. Blades to the parting of her spine, but her womb would not quicken, and the life ebbed, and the light in her eyes faded, so Tamaku stood before them, radiant with the light of the moons, and whole, the essence flowing through her, yet her mother was... She took up the orb from Atua's lifeless brow, and called Tamaku to her, and a fierce light was in her eyes. She took that day her new name, and that was the first day of the endless rule of resplendent Tehana, who is no mother, and yet is mother of us all. Ach, sowas ist irgendwie immer ganz, ganz crazy. Ich weiß nicht, ich mag diese Dinger nicht. Who are you? Danke für die Streichhölzer. O-O-O-O. O-O-O. okay tschüss es hat mich jetzt irgendwie nicht so weitergebracht wie ich dachte wenn ich ehrlich bin wir gucken gleich noch mal auf das bild was ich vorhin gemacht habe zum glück habe ich es gemacht vielleicht bringt mich das irgendwie weiter was diese dinge angeht also die müssen wir irgendwie in der selben konstellation sein und mit dem dem war ich mir auch bewusst aber wo gibt es davon irgendein bild hier sind tatsächlich diese säulen welche steht jetzt nicht drauf welche symbole das sein sollten ätherischer resonanz körper heißt das ding wohl okay ich muss mal kurz den teil mal wieder aufmachen so okay dann stehe ich das einmal wieder dort drüben hin wir müssen vielleicht einfach mal gucken wie es überhaupt passt sagen wir mal wir nehmen jetzt die obersten drei ja also diese hier vielleicht ist er überhaupt gar nicht möglich immer dieses symbol überhaupt zu kriegen wir hätten jetzt da das richtige dann bräuchten wir in der mitte jetzt ja dieses viereck das ist nicht mal ein viereck das sind so drei beine nach unten mit kreis oben links drehen es einmal das ist es sogar lol und rechts benötigen wir jetzt noch ist es das irgendwie nicht ne was sieht sich schon sehr ähnlich was passt ja sogar ich bin jetzt nicht ganz sicher wenn ich ehrlich bin wir gucken mal kurz wie viele wir haben zehn von zehn okay kann ich hier denn noch so drehen wir haben das auch wir haben das ja noch den fisch und das ding es passt doch eigentlich ich verstehe nicht was das problem ist es ist wahrscheinlich nicht die richtige kombination die sich gewünscht wurde ich drücke jetzt 50 mal drauf so aufgaben die portal kammer die säulen kammer okay das hilft mir jetzt nicht so weiter wir haben drei notizen zylinder thron folge die thron besteigung von tiana das leben blablabla 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 ich weiß es nicht also das ist wirklich ein rätsel was ich jetzt nicht so ganz checke ich meine es passt ja sogar ne das ist so ein bisschen das problem das ist auch das was mich ein bisschen abfuckt das ist halt das richtige ist also die richtige es ist perfekt abgestimmt aber es funktioniert halt nicht in der notiz oder wir können es ja mal gucken so wie es auf diesen auf dieser zeichnung drauf ist also hier müsste dann der fisch sein keine ahnung ob das funktionieren wird wir probieren es jetzt einfach in der folge aus und ansonsten gucke ich dann einfach zur nächsten folge offscreen weiter wo war es denn hier nein hier hier okay dann war da das passt und hier ja ich weiß selbst nicht was da in der mitte ist wenn ich ehrlich bin irgendein anderes symbol ich würde sagen das stimmt dem das passt so obwohl nein das ist es nicht oder nein das symbol sehe ich da halt auch gar nicht gut ich habe keine ahnung da oben sind jetzt so helle dinge moment ich gucke einmal kurz wenn ich das drehe ist das auch hell ja ja ich würde dann einfach noch mal ein bisschen offscreen rumlaufen und gucken und ansonsten gucke ich halt nach wie es weitergeht weil ich habe gerade keine ahnung vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen gut ja an der stelle beende ich dann mal die folge wir sehen uns in der nächsten folge wieder ich gucke jetzt mal ob ich hier noch irgendwas finde und ansonsten diagramm an der wand karte laylinien sternkarte position auf dem frequenz spektrum ähnlich der wellenlänge muss vollständige pfade überprüfen gut wir hören uns in der nächsten folge wieder bis dahin mal mal